Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Ukraine-Analyst, Munitionsmangel erschwert offensive Strategie. Analyst sagt, Abwehr allein wird den Krieg in der Ukraine nicht gewinnen. Analyst sagt, Abwehr allein wird den Krieg in der Ukraine nicht gewinnen. Nach den jüngsten Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine warnt ein politischer Analyst davor, dass reine Defensive nicht ausreicht, um einen Krieg zu gewinnen. Diese und weitere Analysen legen nahe, dass die Ukraine eine aktivere Haltung einnehmen muss, um ihre Souveränität zu sichern. Politischer Analyst Juri Maljarenko äußerte in einem kürzlich geführten Interview seine Besorgnis über die jüngsten Entwicklungen im ukrainischen Konflikt. Krieg wird nicht allein durch Abwehr gewonnen, warnte er und drängte auf eine aktivere Haltung seitens der Ukraine. Er betonte, dass die Ukraine zwar beachtliche Fortschritte bei der Modernisierung ihrer Streitkräfte gemacht habe, aber taktische und strategische Anpassungen ebenso wichtig seien. Die Ukraine muss ihre militärische Strategie überdenken und agiler handeln, um auf die Bedrohungen reagieren zu können, die Russland darstellt, sagte Maljarenko. Maljarenko, dessen Analyse sich mit der einer Reihe anderer Experten deckt, betonte, dass die aktive Verteidigung im modernen militärischen Kontext nicht nur das Halten von Positionen bedeutet, sondern auch das Ergreifen von Initiative und das Durchführen von präventiven Maßnahmen. Der Analyst plädierte für eine intelligente Nutzung von Ressourcen und wirksame Allianzen als Schlüssel zur Sicherung der ukrainischen Souveränität. Die ukrainische Regierung hat noch nicht offiziell auf die Analyse und die darin geäußerten Ratschläge reagiert. Autor Anita Farke, Datum Dienstag, 9. April 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.